so meine freunde wunderschönen guten morgen zu einer kleinen challenge wie ihr seht wir sehen absolut fresh aus ich habe jetzt jetzt nach knapp zwei stunden geweckt ich habe zehn minuten legelchen gemacht und wir haben was vor wir snaggeln jeder vier gurken und der verlierer der weniger ist oder länger braucht in dem zweifel kriegt eine mit der 10er gedächtnispeitsche und wer dessen gönnen wir uns auf entspannt alte gta bestdorf so hat direkt ein passendes rausgesucht gründe warum man nicht mit nils gta spielen sollte allein erklärt so anfangen lassen mich kurz checken wegen sound das desktop audio runter gedreht wenn du irgendwas hier chili salz pfeffer ich habe mir mein keine wärmung aber oder von der beste weißt du da einfach so rein ja das ist nicht voll kalt ich habe da auch noch ein baguette hingelegt wenn man mal so zwischendurch wenn ich früher bei oma war hat die immer gurke so klein geschnitten vier war selbst zu wenig ich glaube ich hätte zehn wir haben wir das rennen gefahren sind ich bin fest mit jungen ich glaube nach zwei geholfen ist das voll viel Das war kalt. Das war wirklich krass. Das probieren andere Leute. Das war schon für irgendein Besser, oder? Das können sie mit Musik bei Gamesbrot hochladen. Bei uns dann. Ach, schuldig. Ach, schuldig. Ich weiß nicht, ob ich da irgendein Böses wurde. Hab ich glaub ich gar nicht mehr den Tempester. Schönes Auto. Da wollte ich mit dem Granatenwerfer läuft. Da hast du die Granate gesehen? Ich würd dir sagen, wundert mich. Tut das aber nicht. Und jetzt mal hab ich mit den Jungs jeder ein Kilo Nuggets gegessen. Da hab ich noch Nuggets von den anderen mitgegessen. Ah. Hm. Meine war grad voll weich zum Ende. Verökel. Hm. Hm. Wie kannst du die so essen? Ohne Salz? Na wo hast du denn Salz? Pfeffer Schee? Pondock? Kann ich mir einfach quer was drüber tun? Ja, aber am liebsten über den Teller. Juhu. Juhu. Das ist viel besser. Okay. Zwei. Zwei. Wenn Fondo noch mal keine Werbung, aber mit mir Werbung macht, schreit mir, ich mach direkt Werbung mit euch. Damit wirst du reich. Hm. Mit diesem Panzer, den man gerade bekommt, da kann man so viel Scheiße machen. 20 Minuten, 5 Sterne, gar kein Problem mit dem Ding. Hallo und herzlich willkommen zur G4 Aufnahme. Wuuu. Also ich hab die erste Gurke weg. Ich weiß, es ist kein Schlag kassiert. Mhm. Mh. Heizt das Hand, ne? Heizt das Hand, ne? Ha. War nicht voll weiß. War nicht voll weiß. War nicht so eklig. Der hat Rati geheult. Warum? Die ganze hat seine Sachen kaputt gemacht. Mhm. Alter. Hat sich das gelohnt, den Panzer zu machen? Jetzt mal ehrlich. Wir haben zwei Stunden damit Quatsch gemacht. Alexa, stopp! Boah, die ist heummatisch. Mach für gefühlt doch. Ich kann jetzt schon keine Gauke mehr sehen. Ja, komm wir müssen. Ja, aber zu dir und Gurken sterben auch. Ja, okay. Jetzt nimmst du gleich auch dein Auto? Doch, bestell neu. Nehmt richtig schlecht davon. Was tut ihr dein Auto? Mh. Die nicht? Richtig? 80.000. Voll ne Konsistenz ist das voll fies, ne? Pante. Wir sind an die Pante wegen. Mh. Das ist an sich auch ein geiler Modi. Wer ist in mich reingefahren, Alter? Ich hab den so selten gespielt. Ey, ich hab nur recht lang gefasst. Es wird nicht lang gefasst. Einer liegt am Dach. Und jetzt ist das ein bisschen fies noch. Gibt doch auch. Ich will selbst das Ding nicht mehr fressen. ich hab das einzige mal dass wir schlitzer dann gespielt habe ich mal so geschrieben bei dem modus letztes haben wir doch da auch mit schluss und alle vier esse konnte ist zwei minuten video anderthalb intro auto es dauert von ewig muss voll vorsichtig fahren und alles cool eigentlich ein richtig schönes auto. aber guck mal was für ein kack ich im video zeigen. das war ja auf keine art weil sie irgendwas besonderes war. man weiß noch wo wir den ganzen tag diesen einen modus da gespielt haben wo man die flaggen einsammeln musste. ja. bestimmt drei stunden lang. das war richtig geil. ich hab mich voll auf dem wasser fallen lassen und hat so safe punkte. auf dem hier toll dass ich schon die mutter fahre. warte. dann kannst du ja mal probieren. als wir das letztens gezockt haben. die modi hat das ja gar nicht. aber das mit dem mit dem steg das war ja. laderungszustand. nachher ist dein. dann kannst du es jetzt gegen die erste latere des tages gefahren. ja dank für den modi die dir spas macht. was hast du gehalten und was hast du grad bei titeln. schon voll wie läuft es eigentlich auf der in der Werkstatt Manni das ist wie so Löwen die Gazellen sind wie selbst aus wie einer von den Loulos das war eine mir wird richtig schlecht mir auch gib auf ich trinke jetzt was mit Aufgriffs habe ich ja 2 gegessen und alles ist cool mir geht es dreckig einen größten Schlag aber am Ende vom Tag bis ich wieder strotze mit der Gewinner ich meine das ernsthaft wenn ich noch etwas esse muss ich kotzen wenn ich noch eine esse kotze ich auch aber ich würde es tun um nicht zu verlieren ich weiß nicht ich finde die Peitsche cool ist du zwar arschweh eine volle Kanne drauf Zwiebeln am Rücken oder und dreh sich so hin ich steh auf und hole komplett schmack ich zieh komplett deutsch wirklich ich zieh komplett deutsch alter aber du darfst es auch komplett deutsch ziehen ich glaub Entschuldigung dass wir so abschmerzen ich glaub wenn du komplett durch siehst hast du 2-3 Tage gestrieben ich bin mit meiner Freundin morgen im Spa ich bin mit meiner Freundin morgen im Spa ich bin mit meiner Freundin morgen im Spa vor allem musst du euch das erst mal erklären und das Video wird nicht heute hochgeladen ich schreib dir eine Entschuldigung dass du ich schreib dir eine Entschuldigung dass du richtig fremd ich überlege gerade ob ich das Baguette ausfülle und die Gurke da rein stecke boah Alter wie nein ich zeig dir 24 mach das das ist ja voll die kluge Idee das müsste mir doch auf jeden Fall geil schmecken und dann noch außenrum Käse ich glaub mit Margarine auf Brot selbst nehme ich dir noch 2 ja ok oder wie Oma auf dem Toastbrot boah alter wir haben das Toastbrot mit Margarine Gewürz und dazu Gurke boah das war so geil aber ich glaub ich esse dieses Jahr und wir haben 2020 keine Gurke mehr mhm und kuckst du auch? ja ich hatte ich hab 2 Gurken bei mir aber die sind alle am schimmeln ob wo weiter ist achso nein echt kuckst du auch? wie gibst du mir das? ja ich weiß nicht ich bin echt voll also wirklich voll wie hätt ich grad 3 Steaks gegessen hätte du musst halt mindestens eine essen damit du mehr hast als ich aber wir können auch nicht im Video lachen wo 1 oder 2 Gurken macht können wir eigentlich schon aber mein Bauch ist ekelhaft voll wir machen das wie die anderen YouTuber World Record Challenge wir haben es ja versucht wir haben es ja versucht wir haben es ja versucht ja ich kann nicht mehr aber das war krass wir haben es ja geschickt wir haben es ja auch wir haben es ja wir haben es ja ich fahr runter genni du mal zu vorn ich weiß nicht es wird Veto mit der Peitsche Und ich schwöre, das wird hier nix gefaktes für YouTube, ich zieh das Ding komplett durch. Vor allem wenn du dann noch sagst, du gehst jetzt war einfach der Gedanke, dass du da rumläufst und voll die Streben von der Peitsche hast und jeder weiß wovon das ist. Boah, ich muss Röpsen, aber dann kommt Essen mit. Jetzt kotze ich dir so alles voll hier, die ganze Tastatur. Ich hab dich im Lupi gekillt. Kotze und da hab ich hochladen, glaub ich. Ich glaub Kacken nicht. Da erkennt ihr, wo ich Leute in die Hose scheißen. Wo der Typ eh mal von den anderen angepischt hat. Du hättest einfach an, wir haben vorbeifahren können. Meine Kotze ist auch lustig. Ja, weil ich hab Kopfschmerzen und Kotzen. Ich denk grad, wir machen nachher was richtig ekeliges. Ja, deswegen. Achso, du klotzt mich weg, dann hast du natürlich Wut, aber... Achso, ich mach was? Wir spielen gleich Pfeffer. Und für jedes Gegentor kommt eine Zutat in den Mixer. Okay, da freu ich dich doch auf. Ja, ich nicht. Ich bin nämlich jemand durch Kotze an Instagram. Also? Nee, ich... Da kann ich Schwerpunkten dazu. Also nimmst du den Schlag? Ist geil, Alter. Da freu ich dich auf FIFA. Also ich hab zweieinhalb Gurken gegessen und mir ist übelst kotzig. Ich hab einige gegessen. Und das Rest gibt's Gurkengladen auch. Ja, und den wollt ihr essen? Und warum? Nichts jetzt aber. Ihr Lieben, ich werde jetzt weiter gesnackt fürs Video. Aber... Mir tut's doch geiler. Hast du einen Aspirin? Warte, warte ich... Wie machen wir das? Du musst irgendwie... Am besten kniesst du dich hier so doggie drauf. Warte. Meine Hand passt gar nicht. Ja, Alter, warte. Ich zieh so durch. Kannst du schön viel doggen? Hallo, auf nackte Haut. Nackte Haut? Nein. Fürs Video? Nein. Ich bin dick. Fürs Video? Fürs Video? Fürs Video? Komm, wär schon gut. Komm. Auf Ehrenbruder was, wenn du ein Ehrenbruder bist, auf Nackenkörper. Zieh ich aus fürs Video. Aber du musst deine Nippel abkleben. Mu, schieß nie, ey. Warte. Ich hatte nen Tanktop, anders kann ich hochziehen. Das ist fast wie nackte Haut. Mu, ich... Ich zieh... Das treibt ja gar nicht. Wie machen wir das denn? Wenn the lights go up. Down, down, down. Geht das hier zu? Du könntest? Nein, Alter, die muss man wieder abziehen. Nein, Graf, auf nackter Haut. Ehrenbruder was, zieh hoch. Oder zieh hoch. Graf. Warte, zieh hoch. Ey, Leute, dafür lasst du auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, oder? Boah. Schmeiß die Gurke, jo. Was ist so richtig? Ich sag mal ehrlich, ich zieh den Scheiß komplett durch, jo. Mach einmal leicht, kurz, so 50%. Nein, nicht. Zehn Prozent. Nur mal so aus dem... Ah, das zieh wird voll. Okay, bist du bereit? Ich will nicht in meinen Bildschirm schlagen, oder so. Knie dich am besten ein bisschen runter, dass ich... Sieh mal alles. Ja, siehst du schon. Bist du bereit? Ich zieh wohl komplett durch, nur dass du weißt. Ja. Lehn dich ein bisschen nach unten und mach so ein Hohlkreuz. Okay, bereit? Ja. Leute, Like und Abo da lassen, dafür auf jeden Fall. Okay? Hast du auf Aufnahme gedrückt? Gute Frage. Wenn nicht, mach mal so nochmal. Auf die Witze. Fertig. Es geht eigentlich. Alter, es wird aber direkt rot und blau, Alter. Nur ein Zweiten. Nur ein Zweiten? Ja. Mach den Arm hoch, dann kann ich so... Weil er am Arm schießt. Oh, jetzt hat weh. Ehre. Er ist auf jeden Fall Ehre, Alter. Lasst auf jeden Fall ein Like mir da. Ich hätte sie sehen. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Auf Ausnahmen weg. Meldet den Kanal. Wollen wir nochmal machen. Vielen Dank für den Superart. Meldet den Kanal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.